so direkt hinterher wahrscheinlich tage verzögert bei youtube wir müssen die videos alle bearbeiten herzlich willkommen wieder bei software.zone wir sind immer noch in unserem amoeba auspacken unboxing restocking wie man das nennen wollt heute die am 014 es gibt zwei modelle die sind ähnlich es gibt einmal die am 013 bei der 014 ist halt ein langer silencer der quasi vorne heraus steht bei der am 013 ist etwas anders da geht der silencer quasi bis sehr weit in den handguard rein die hat auch zwei griffe das kann man auch hier vorne hier ist der karton hier kann man mal schön die unterschiede sehen wir werden gleich das modell zeigen und bei dem am 013 positives das ist ja die klassische honey badger und da sind eben auch zwei griffe dabei wo man vorne die hand richtig dran setzen kann man kann die auch versetzen also das modell werden wir bestimmt auch noch nachziehen aber im moment geht es erst mal um die am 014 machen wir mal heute mal ein richtig klassisches unboxing und wenn man sich den karton mal anguckt also wenn eure rg so mal aussieht dann stimmt irgendwas nicht das kann ich euch so sagen aber generell ist es denke ich mal hier einfach nur mal nett gemeint wir gucken mal sieht auf jeden fall schon mal sehr stylisch aus dann haben wir hier ganz kurz explosions zeichnung und so weiter schon ganz gut gelöst da sieht man mal halt genau wie die teile aufgebaut sind hier akku einlegen und so weiter also schon ganz gut gemacht dann die wasser selber hier kann man schon mal gucken zubehör hier sind rails dazu die sind aus polymer die können halt an der waffe vorne verteilt werden es gibt den die brauchen wir nicht die brauchen nur im ausland und es gibt hier noch mal ein etwas anderes magazin wir haben ja diese klassischen mit caps polymer haben wir ja im shop die günstigen das jetzt etwas hochwertige mit der mit der munitions attrappe sieht auch ganz nett aus aber auch hier wir werden das gleich mal wieder mit der kurzen schießen das ist halt das 120er das ist ein 140er wenn man mal den unterschied sieht das sieht schon sehr cool aus aber das ist halt das mit dem mit der patronen attrappe hier kann man das auch sehr schön erkennen wie normale feuerwaffen patronen so dann haben wir hier die waffe selber man sieht schon beim rausziehen den sehr langen silencer wie gesagt das sind ja im pdw design also personal defense design wie die ganzen swat truppen seks und so weiter die überall verwenden sas und wie sie alle heißen und da kommt auch dieser ausdruck honey badger her das ist aber wie gesagt er bei der 0 13 so das original aber die sieht halt wirklich aus wie ein swat ja eine swat mp ist halt für kurze räume gedacht für wirklich für kleine situationen also perfekt für cqb auch hier wenn ich drauf drücke rastet hier der stock ein also perfekt gelöst von der waffe her also da würde ich sagen technische details gleich mal mehr jetzt erstmal zu der zur verarbeitung die waffen sind ähnlich verarbeitet wie das was wir in den letzten videos schon gezeigt haben das heißt wir haben polymeer body wir haben auch hier alles in polymeer der handguard ist aus metall hat ja auch dieses klassische lock system daneben vorne der silencer ist komplett aus metall die schulterstütze aus kunststoff komplett wir haben hier die schulterstützen träger sind aus metall dann haben wir hier die flip up science wobei die meisten arbeiten natürlich klar mit mit irgendeiner optik dann haben wir einen speed trigger das ist hat ein fcs system die waffe das heißt die ist wieder mit diesem programmer den wir schon mehrfach jetzt gezeigt haben also mit diesem kleinen gerät hier wieder programmierbar aus semi 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 und so weiter mit recht kleinen mitteln die waffe selber ist leicht also dürfte so um die 2400 gramm liegen aber wie gesagt das dazu mal später mehr und ansonsten wir haben auch den typisch großen mac release und wir werden die gleich auch mal probeschießen und allein durch den langen lauf hier hat die natürlich schon eine recht gute präzise lage hoffen wir also dementsprechend wenn wir die jetzt gleich mal schießen und von den und zu den technischen daten einfach mal kommt so bevor wir jetzt schießen noch mal ganz kurz hat ich gesagt zu den technischen details die waffe ist zusammengeschoben 680 millimeter im voll ausgezogenen zustand ich habe hier zwei rastposition 790 vom gewicht her habe ich schon ganz gut gelegen 2500 gramm wir werden jetzt gleich jetzt nicht mit dem mit dem original high cap magazin schießen was dabei ist sondern wir werden eins dieser mit cap magazin nehmen kann ja schon mit dem tarn das benutzen wir in vielen videos das sind die amoeba mit caps wo wir immer sagen fieden immer wackeln manchmal aber ich gebe kaum eine waffe in der die nicht fieden wir haben das jetzt hier einfach mal ach so kann man hier sehr schön sehen dann haben wir unser software logo eingebrannt solche sachen wir haben jetzt auch eine eigene software so eine gewehrserie mit einer barretta und mit einem g36 so für den anfang mal da kann man auch mal reingucken auch da ist dann branding unseres wolf logos drauf einfach mal in shop gucken da sind sie schon drin ja dann würde ich sagen schießen wir das gute stück jetzt einfach mal wichtig ist noch das hatte ich vorhin bevor ich jetzt von der regie wieder eine anweisung bekommen pq akku wir haben das in anderen videos schon mal erwähnt wenn ich diesen stock habe hierbei der an bei den amoeba sind die haben die relativ häufig bieten sich eigentlich nur pq bieten sich eigentlich nur pq akkus an egal ob phantom oder gfc wir haben ja mehrere im shop drin auch pw abend glaube ich da sind im prinzip 1300 das maximale 7,4 1300 milliampere weil die normalen single stock tubes passen hier nicht rein selbst unsere kurzen phantom 1100 da passen hier einfach nicht oder lassen sich nur schwer da rein zwängen das macht keinen sinn so ja dann würde ich sagen 20 25 meter ziel wacht schon auf uns und dann wollen wir mal gucken was die waffe so kann schau mal Vielen Dank.